Endlich Saisonauftakt in der Oberliga Baden-Württemberg für die VfB-Frauen. Zum Auftakt kommt mit dem VfL Herrenberg eine Regionalliga-Absteiger. Mit Kira Artmann und Maxi Adler kehren zwei VfBlerinnen gleich am ersten Spieltag an die alte Wirkungsstätte zurück. Auch beim VfB gibt es einige Neuzugänge, die bekannteste Jana Beuschlein. Letzte Saison mit 19 Einsätzen in der Bundesliga für den 1. FC Köln trägt beim VfB gleich die Kapitänsbinde. Und darf auch direkt ihre Qualität zeigen. Der Ball abgefangen und es geht schnell. Auch wenn es leider nicht zu sehen ist, nach neun Minuten ist es bereits der erste Treffer für die Ex-Bundesligaspielerin. Die Gastgeberinnen zeigen von Beginn an eine klasse Leistung. Knüpfen an die starken Spiele der Vorbereitung an. Baumann, da war mehr drin. In den acht Spielen vor dem Saisonauftakt weist das Gerber-Team eine Torstatistik von 56 zu 3 auf. Eine offensive Wucht, die man auch heute zeigt. Wieder Beuschlein. Laura Pawlowski hat aufgepasst. Nur eine Minute später gleich der nächste Vorstoß. Der Ball wird länger und länger. Und der nächste ordentlicher Abschluss von Beuschlein. Die 27-jährige Stürmerin nahezu an jeder gefährlichen Aktion beteiligt. Jetzt mal als Vorbereiterin für Anja Selenski. Es bleibt bei der knappen Pausenführung. Ein guter erster Durchgang. Es fehlt das zweite Tor. Wir schauen auf einen Freistoß in Durchgang 2. Laureta Temai etwas zu zentral. Wir springen schon in die Nachspielzeit. Der VfB hat den Regionalliga-Absteiger auch defensiv gut im Griff. Trotzdem ist es nur das eine Tor. Lecci bei dem Schuss, aber ohne Probleme. Und so gewinnen die VfB-Frauen ihr Auftaktsspiel gegen den VfL Herrenberg verdient mit 1 zu 0. Ein gelungener Auftakt auch für Jana Beuschlein. Wir sind die ersten paar Minuten ein gutes Spiel gestartet. Haben dann ein bisschen die Sicherheit verloren. Einfachen Pässen, falsche Entscheidungen getroffen. War nicht so mutig, wie es in der Vorbereitung war, was das Passspiel angeht. Haben dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Zweikampf verloren. Dann ist 1 zu 0. Haben wir auf jeden Fall in der ersten Halbzeit die Chance, das 2 zu 0 oder das 3 zu machen. Ich denke, wenn das fällt, dann ist das Spiel viel früher entschieden. Auch hier in der zweiten Halbzeit. Wenn wir da die Situation klarer ausspielen, schafft man vielleicht früher das 2 zu 3 zu machen. Weil Herrenberg im Endeffekt keine wirklich hundertprozentige Torschance, außer in der ersten Halbzeit, wirklich hatte. Demnach schwerer Auftakt gegen die Regionalliga-Absteiger. Aber ich denke, wir haben es gut gemacht und es wird uns vertrauen für die nächste Spiel. Das ist dann das Derby am kommenden Sonntag bei der zweiten Mannschaft des KSC. Wir schauen noch mal kurz auf die Tabelle.